Das war genau 30 Jahre. Das war lange Zeit gewesen, ja. Ich habe überhaupt nichts mehr abgenommen mit der Hand. Das war ein Wahnsinn. Das war nur ein Einzel für mich. Ich habe zuerst akzeptiert und jetzt akzeptiere sie, dass du sowieso nicht akzeptieren kannst. Das sehe ich klasse. Jetzt gehst du halt zu mir dazu. Für mich waren so die linke Seite betroffen. Und die ganze Seite. Arm und Bein. Ich war eh schwindlig auf Therapie, muss ich sagen. Mein Freund hat mir gesagt, dass ich eine Zeitung gelesen habe. Und ich habe sofort angerufen. Und das bin zu euch gekommen. Das ist ein richtiger Zufall. Die war komplett verkampft. Die hat mich fast wieder mit mir aufgebaut. Und ich habe sie mir angewinkelt gehabt. Ich habe sie nicht mehr aufstrecken können. Jetzt geht alles wieder. Als erstes, ich muss mich aufbauen, dass ich mit links zehn putzen habe. Das war eine super Wahnsinn für mich. Und ich glaube, dass das einmal geht. Das mache ich nicht, dass ich die Zeitung selber anblättern kann. Das andere ist da alles von selber gekommen. Und das meiste ist, dass ich wieder schlafen kann. Ich bin anders auf eine konnte, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich kann auch Sachen wieder greifen. Ich kann sogar einen Löffel nehmen. Und ich kann sogar selbstständige Löffel und Kabel so zu vorne gehen. Jetzt akzeptiere es mir. Jetzt gehst du wieder zu mir dazu. Bei der Gabi hat es eigentlich ganz viel getan. Zum einen haben wir es eben bei den Tests, die wir immer durchführen vor der Therapie. Und danach haben wir eigentlich in so gut wie jedem Test deutliche Unterschiede bemerkt. Zum Beispiel beim Bartel-Index hat es eine Verbesserung gehabt. Da geht es einfach darum, wie die Person im Alltag zurechtkommt. Da sind zum Beispiel Punkte enthalten, wie mit Messer und Gabel essen. Und das ist ja bei ihr jetzt auch dann möglich geworden. Was natürlich die Lebensqualität doch um einiges verbessert. Dann zum Beispiel der Nine-Hall-Packte. Der ist eben sehr speziell für die Feinmotorik. Der war zu Beginn gar nicht möglich. Ich glaube, dass die Patientin das auch die letzten 30 Jahre nie wirklich gemacht hat. Beziehungsweise nie geschafft hat. Und nach der Therapie ist es jetzt vollständig möglich gewesen. 2. 2. 2. 10. 15.